Yo Jutsu, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr am Titel und Thumbnail vermutlich schon erkannt habt, habe ich eine 40-Kill-Runde mit der M4 auf Close-Range gemacht. Ich war ganz regulär am Ashika-Einland-Spiel und dann hat mir mein Chat vorgeschlagen, ich soll mal die M4 probieren. Einfach auf Close-Range, nicht auf Long-Range. Auf Long-Range ist sie ass, by the way. Und ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich dachte wirklich nicht, dass die Waffe gut sein wird. Aber holy shit, wurde ich überrascht. Diese Waffe ist krank. Unbedingt ausprobieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und dem Gameplay. Lasst gerne ein Like und Kommentar für den Algorithmus da. Lasst heute wieder versuchen, ein Like-Goal von 200 Likes zu erreichen. Würde mich irrsinnig freuen. Und lasst gerne noch ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt und neu seid, um keine weiteren Gameplays und Loadouts mehr zu verpassen. Und schaut gerne auf Twitch vorbei, dort bin ich täglich ab 13 Uhr live. Let's go. Der ist nicht volljährig, der Typ, oder? Ich habe nur Cringer. Ah ja. Ah ja. Dann hoffe ich natürlich, du verpasst die Custom-Games, weil du kein Insta hast. Du Cringer. Was da? Das ist immer wieder da, ja. Wichtig, Scorpio. Schönen Feierabend, ja. Dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Seitdem ich Lust drauf habe, finde ich. Seiuen Feierabend, ich kann meinen Abs patrimonieren. BEEP 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 BUFFY NICHE Das war's. War skeptisch, aber kann man sich geben. Okay, passt. Ist echt lustig. Okay. Ich spamme Spacebar. Wirklich, ich spamme, was das Zeug hält. Ich spamme wirklich sowas von die Spacebar durch. Und es macht den Fallschirm nicht da auf. Oh, heute anstrengend, ja? Also sehr, sehr anstrengend jetzt gerade geworden. Gleich mal frühzeitig Schluss heute. Ich bin ehrlich. Also es bockt ja gar nicht mehr. Das Loadout wolltest du eh nicht, dass es ist. Mein Papst. Das war's. Das war's. Was passiert hier? Was passiert hier gar nicht? Ey, yo, what the fuck? Hallo? Oh, okay. Oh, okay. 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 Ich bin da jetzt. Ich bin da jetzt. Ich finde ihn schon wieder. Okay. Okay. Ich bin da echt gekommen. Okay. Wir laufen ab und los zurück. Was ist das? Habe ich keinen alarmiert, oder haben die alle kaltblütig? Weil irgendwie, die sind die ganze Zeit hinter mir gewesen. Wow, what? Jemand, den du gemeldet hast? Okay, also ich bin nicht weg. Sehr gut. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Noch eine 40er heute. Let's go. Mit der M4 auf Close Range. Holy shit. Ich glaube, ich glaube, ich hätte meinen PR von 43 brechen können, wäre ich nicht zweimal gestorben. Zwei oder dreimal, glaube ich sogar. Richtig dumm. Bis zum nächsten Mal.